Ich hätte nicht gedacht, dass die westliche Allianz so schwach ist. Ich verstehe nicht, warum die westliche Allianz das zugelassen hat. Das können wir nicht dulden. Der asiatische Pakt muss etwas unternehmen. Die IBG hat uns mit dem heimtückischen Einsatz unserer Ressourcen vor aller Welt gedemütigt. Diese Verbrecher müssen für ihre Dreistigkeit bezahlen. Diese Dummköpfe denken, sie haben gewonnen. Aber sie jubeln zu früh. kurz ab, kurz ab! Achtung! General, die IBG hat die Einheiten der westlichen Allianz zurückgeschlagen. Unser Vergeltungsangriff war zwar verheerend, aber nicht effektiv genug. Hm, schön hier. Die IBG baut bereits neue Gebäude. Wir müssen diese Bastarde mit unseren Truppen aus ihren Löchern treiben, um die IBG endgültig zu vernichten. Roger, wir haben das Dusloch. Wir haben große Pläne. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Das war ein hübsches Gebäude. Wir werden im Wohlstand leben. China wird wachsen. General, unsere neuen Horchposten sind im Zielgebiet und warten auf ihre Befehle. Die Horchposten selbst sind unbewaffnet. Allerdings feuert ihre Besatzung auf alle Feinde in Reichweite. Sie werden sehen, dass die Tarnfunktion und das enorme Sichtfeld dieser Einheiten unsere Position deutlich verbessert. Ja, besser. Hören Sie irgendwas? Wir müssen näher ran. Wir müssen näher ran. Ich kann Sie schon hören. Ja, besser. Lasst uns bauen. Wir sprechen Ihre Panzer rum. Gut haben. Wir sprechen Ihre Panzer rum. Wir sprechen Ihre Panzer rum. China wird wachsen. Wir haben alles in Schutz und Atem. Wir müssen uns nicht mehr. Wir müssen uns nicht mehr. Wiralten Das ist mein Fertig. Bitte sprechen Sie für Panzerbomben. Verneige Schütze geladen. Nun, da wir einen neuen Stützpunkt errichtet haben, wird es Zeit, alle IBG-Einheiten in diesem Gebiet zu vernichten. Verneige Schütze geladen. Gemeinsam sind wir statt. Ich bin unterwegs. Zen-Gun-Upgrade verfügbar. Die IBG finanziert sich über diese Bohrtürme. Eine unserer Standard-Cyborgs-Karten könnte die Bohrtürme einnehmen. Vielleicht zwingen wir die IBG dadurch in die Knie. Und dann... Gemeinsam sind wir statt. Ja! Und China! Soll ich sie erobern? Wann geht's los? Ja! Gemeinsam sind wir statt. Im Namen Chinas. In Verneige Schütze geladen. Gemeinsam sind wir statt. Wir sind unterwegs. Es geht los. Einheit verloren. Ein guter Affe. Das Gebäude gehört uns? Ja klar. Schwarzes Labran-Upgrade verfügbar. Verteidiger des Flichens! Verstanden! Ein guter Affe. Ein guter Affe. Ein guter Affe. Ein guter Affe. Gemeinsam sind wir statt. Chinas Konzer-Division. Lasst uns bauen. Schön hier. Die Volksarmee. Wird gemacht. Das sind wir Feuer. Einheit verloren. Einheit verloren. Das sind die Feuern des Himmels. Chinas Konzer-Division. Gehen wir. Gehen wir. Stil gestanden! Chinas Panzerdivision Warten auf Befehde Ja, General Verstanden Das Gebäude gehört uns Sofort Wann geht's los? Bauarbeiten beendet sich noch, General Chinas Panzerdivision Gebäude erobert, General Die Volksarmee Ja, General Ja Für das Wohl Chinas Warten auf Befehde Das Gebäude gehört uns Chinas Panzerdivision Für das Wohl Chinas Roger In Unterwigs Warten auf Befehde Das Gebäude gehört uns Das Gebäude ist eigen und genossen, General Bin unterwegs Das Gebäude gehört uns Das Gebäude gehört uns Das Gebäude gehört uns Das Gebäude gehört uns Und das Gebäude gehört uns Das Gebäude gehört uns Brauch Wir sind die Rote Gare. Wir sind unterwegs, General. Wir sind unterwegs, General. Stillgestanden. Chinas Panzerdivision. Ihre Befehle, Sir. Ja, klar. Gehen wir. Verteidiger des Britons. Sofort. Wird gemacht. Chinas Panzerdivision. Es geht los. Helm wir sieben. Schärfeuer. Ihr Befehle, Sir. Es ist Panzerdivision. Not the beams. Roger. Es geht los. Upgrade verfügt. Chinas Panzerdivision. Es geht los. Roger. Er ist Panzerdivision. Es geht los. Roger. Einheit verloren. Chinas Panzerdivision. Was geht los? Es geht los. Es geht los. Es geht los. Es geht los. Anstrengungsdivision. Zelfeuer. Wir sind die Rote Garde, sind unterwegs, General, wird gemacht. General, die EBG hat in der Stadt mehrere Gebäude besitzt. Vielleicht können Sie die verschanzten Einheiten mit Drachenpanzern organisieren. Für das Wohl Chinas! Alles klar. Wohin? Chinas Panzerdivision! Hier ist die Rote Flagge! Chinas Panzerdivision! Aus Maos, Einsatz bereit! US-Panzerdivision! Was brauchen Sie? Für die Ehre Chinas! Ja, General! Das hat der Beutige des Friedens! Vier links geschützt! Ich bin groß! Ja, ja, nicht schubsen! Aus Maos, Einsatz bereit! US-Panzerdivision! Ich bin groß! Kommen Sie mir nicht in die Quere! Ja, ein neues Gebäude für die Wohl Chinas! Vier links geschützt! Wo geht's zur Schlacht? Ich bin groß! Verderben allen Feinden! Mann, ist das heiß jetzt! China braucht uns! Für die Rote Armee! Wir nehmen das Wohlfahrzeug! HAPPY! Es kommt ein neues Gebäude für den Wohl Kid! Ein neues Gebäude für die Wohl-Chinas! Ein neues Gebäude für die Wohl-Chinas! Einheit verloren! Verwerfen den Feinden Chinas! R-Wanzherren mit der Wohl-China-Wanzherren! Ja, General! Wir halten die Stellung! Wir kämpfen für die Rote Armee. Wir rücken vor. Wo geht's zur Schlacht? Wir kämpfen für die Rote Armee. Marschbefehl bestätigt. Verderben allen Feinden. Für die Ehre Chinas. Wir kämpfen für die Rote Armee. Vier heiße Rohre. Wo geht's zur Schlacht? Wir kämpfen für die Rote Armee. Was? Wo geht's zur Schlacht? Viellingsgeschütz. Diese Schwächlinge. Marschbefehl auch. Diese Würde. Die heiße Rohre. Ich brech euch die Knochen. Einheit verloren. Okay. Dafür ist jetzt keine Zeit. Dieser Schwächling. Was ist das? Wir kämpfen für die Rote Armee. Wir sind unmöglich siegbar. Faust Maos einsatzbereit. Der Sieg ist unter. Mit Wunsch, General. Sie wurden befördert. Für die Rote Armee. Für die Rote Armee. Was brauchen Sie? Kommen Sie mir nicht in die Quere. Ja, ja. Bin unterwegs. Für die Ehre Chinas. Verderben alle Zeugen. Nicht schubsen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Nicht schubsen. Ich brech euch die Knochen. Befehler werden ausgeführt. China braucht uns. Vier heiße Rohre. Nicht schubsen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wo geht's zur Schlacht? Befehler werden ausgeführt. Okay. Bin unterwegs. Dafür ist jetzt keine Zeit. Nicht schubsen. Wir kämpfen für die Rote Armee. China braucht uns. Marschbefehl bestätigt. Wir halten die Stellung. Wir halten die Stellung. China braucht uns. Wir rücken vor. Marschbefehl bestätigt. China braucht uns. China braucht uns. Was? Wo geht's zur Schlacht? Wir halten die Stellung. China braucht uns. Marschbefehl bestätigt. Jawohl, Sir. Zu Befehl, Sir. Ich schlage vor, dass Sie einige der Gebäude in der Nähe besetzen, um unsere Basis zu schützen. Rücken vor. Rücken vor. Nähern uns Zielgebiet. Rücken vor. Das war's. Wir halten die Stellung, vier heiße Wurmel. Zeigen wir es den Kerl. Rücken vor. Panzerabteilung bereit. Auf Maos einsatzbereit. Jawohl, Sir. Rücken vor. Wir sind unterwegs. Nähern uns Zielgebiet. Rücken vor. Zu Befehl, Sir. Nähern uns neuer Position. Nähern uns Zielgebiet. Für die Ehre Chinas. Ihre Fehler werden ausgeführt. China braucht uns. Zeigen wir es den Kerl. Nähern uns neuer Position. Wir sind unterwegs. Wir sind unterwegs. Wir kämpfen für die Rote Armee. Wir kämpfen für die Rote Armee. Ja, Wohl, Sir. Zu Befehl, Sir. Zu Befehl, Sir. Wir sind unterwegs. Für die Ehre Chinas. Viel linksgeschützt. Wo geht's zur Schlacht? Wir halten die Stellung. China braucht die Lurmel. Vier heiße Wurmel. Zeigen wir es den Kerl. Wir sind unterwegs. Nähern uns neuer Position. Wir kämpfen für die Rote Armee. Dafür ist jetzt keine Zeit. Nicht schubsen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Schwerer Panzer, alles klar. Mähern uns neuer Position. Wo geht's zur Schlacht? Felixbeschütze. Diese Schwächlinge. Einheit verliebt. Feuer. Auf Maos, einsatzbereit. Wer hat er, alles klar. Schieß sie in Stücke. Ob ich sie mir nicht in die Quere. Ich nehm sie auseinander. Diese Schwächlinge. Jawohl, Sir. Rücken vor. Hier ist nichts mehr zu holen. Wir gehen zur Schlacht. Befehle werden ausgeführt. Verderben den Feinden. Zeigen wir es, Herr. 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 Ich spreche euch die Knappen. Einheit verloren. Okay, es geht los. Jawohl, Sir. Eintest du gleich weiter. Okay, es geht los. Ich nehm sie auseinander. Okay, es geht los. Ich spreche euch die Knappen. Einheit verloren. Wir sind unterwegs. Fackelt sie ab. Näher ins Zielgebiet. Mehrer Panzer, alles klar. Wir kämpfen für die Rote Armee. Panzerabteilung bereit. Kina braucht uns. Ich zeige es. Jawohl, Sir. Näher ins Steuerposition. Was? Einheit verloren. Mehrer Panzer, alles klar. Feuer eröffnet. Machen wir sie fertig. Schrecklich. Widerstand. Custos. Widerstand. Zwei Flachen. Zwei Flachen. Zeig mir, dass die Knappen sind. Feuer eröffnet. Ich nehm sie auseinander. Hat seine Abteilung bereitet. Heute ist das Reichweite. Was? Feuer. Ich spreche euch die Knappen. Diese Schwächlinge. Jawohl. Einheit verloren. Okay, es geht los. Feuer. Zeigen wir es dem Kerl. Hussein der Panzer bereit. Packet sie an. Diese Schwächlinge. Euch zeitlos. Euch zeitlos. Wir erhalten alles klar. Wir haben zu hoch. Zeigen wir es dem Kerl. Packet sie an. Okay, es geht los. Ich nehme sie auseinander. Ich brech euch die Knochen. Vier Eisrohre. Hä? Diese Schwächlinge. Ich brech euch die Knochen. Hussein der Panzer bereit. Schießt sie in Stücke. Feuer. Euch zeigen wir es dem Kerl. Kommt sie nämlich in die Quere. Chinas Panzerdimission. Okay, es geht los. Euch zeigen wir es. Okay, es geht los. Euch zeitlos. Feuer. Nicht schubsen. Einheit verloren. Wir sind bereit. Wir sind unterwegs. Felix, schützen. Bin unterwegs. Ja, ja. Chinas Panzerdivision. Ich breche euch die Knochen. Das wird sie aufwecken. Nähern uns Zielgebiet. Feuer eröffnet. Ich werde dich in die Quere. Einheit verloren. Diese Schwächlinge. Chinas Panzerdivision. Ja, ja. Hussein der Panzer bereit. Feind ist in Reichweite. Drücken vor. Feind ist in Reichweite. Was? Chinas Panzerdivision. Okay. Nicht schubsen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Panzerheilung bereit. Chinas Panzerdivision. Feind ist in Reichweite. Feind ist in Reichweite. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. ski befind ist in Reichweite. Wir haben gewonnen. �